hallo freunde na wie geht es euch nur ein kurzer hinweis von meiner seite aus morgen wieder 19 uhr seid dabei letzte woche war ja leider nichts aber jetzt geht es wieder los wir freuen uns mega und ich bin voll aus dem atem was soll ich noch erzählen ich freue mich bis dann